Einen wunderschönen guten Morgen in der neuen Handelswoche. Natürlich wie immer mit ein paar neuen Ideen. Gestern habe ich ja am Vormittag den Blog schon reingestellt in unseren Übersichtsbereich, in den Blogs auf der Website von Tickmill. Gestern war so schlechtes Wetter, da habe ich gesagt, gut, mache ich es gleich. Da können diejenigen, die die Marktvorbereitung auch am Samstag schon oder beziehungsweise am Sonntag in aller Ruhe auch machen wollen, um sich auf die neue Handelswoche vorzubereiten, die Ideen einfach mal etwas früher auf den Markt zu bringen. Guten Morgen, Ludger. Guten Morgen, Rolf. Freue mich wieder, viele Live-Zuschauer dabei zu haben. Und wie immer, jeden Morgen nicht nur die Handelsideen, sondern auch die Bitte oder Aufforderung, wenn ein Wunschmarkt vorhanden ist, bitte nicht zögern, direkt hier in die entsprechenden Felder, in die Chatfelder im GoToWebinar und im Facebook einfach den Titel reinschreiben. Und da können wir gerne auch auf den einen oder anderen Wunschmarkt mit hineinschauen. Bevor wir in die heutigen Handelsideen reingehen, vorgeprägt, wollte ich schon sagen, vorbereitet habe ich den Nikkei-britisches Fund US-Dollar und Austral-Dollar US-Dollar. Diese Titel heute bei mir auf der Uhr in den Charts. Vorher, wie immer, der Risikohinweis, den habe ich hier für Sie auch abgebildet. Und der Handel mit Bevisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das also hier zum Risikohinweis. Und damit machen wir hier, ohne viel Zeit zu verlieren, gleich mal weiter mit den Tagesnachrichten. In Asien, in China, da haben wir ein bisschen Feiertage jetzt, die Tage, diejenigen, die hier auch handeln. Da gab es von Ticmel auch die Informationen dazu, dass hier, ich glaube, drei Feiertage am Stück feiern, die das Spring Festival. Da ist das wichtig, hier zu beachten. Was gibt es heute im Laufe des Tages? Ganz so viel ist es diese Woche nicht. Das hatte ich ja schon gesagt. Wir haben heute Morgen eine Rede vom EZB-Mitglied Mersch. Wir bekommen um 16 Uhr die zivilen Investitionsgüter ohne Flugzeuge aus den USA und den Auftragseingang für den Monat November. Elena, auch dir einen guten Morgen. Steffen, auch Euro, Dollar, wenn möglich, mal besprechen. Mache ich sehr, sehr gerne. So, dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal rein in die Tagesnachrichten. Olaf, auch dir einen schönen guten Morgen. Da ist das Fenster. Hier haben wir unseren Handelsdesk hier im Metatrader 4 mit dem Stereo-Trader-Add-on. Und was haben wir da? Wir starten hier mal Austral-Dollar, US-Dollar als Währung auf der Uhr. Aber wir brauchen hier nicht den Wochenchart. Der ist für uns jetzt aktuell nicht ganz so interessant. Sondern wir brauchen hier den Tageschart. Das ist echt interessant, was hier zu sehen ist. Wir haben nämlich vor ein paar Tagen darüber gesprochen. Hier gab es so ein bullisches Korrekturmuster einer Flagge. Als wir damals angefangen haben, darüber zu sprechen, haben wir halt gesagt, okay, sie ist jetzt erst in Entstehung. Beziehungsweise ist schon etwas fortgeschritten gewesen, aber noch nicht gebrochen. Und dann kam der Ausbruch. Und hier ist es halt echt mega interessant gewesen, was dann zu beobachten war. Da war der Ausbruch dann da. Hier kurzer Rückgang nach unten und dann ging es nach oben. Was ist hier passiert? Erste Mal, wir hatten hier diesen Spike nach unten. Das war dieser Flash Crash, den wir hier in Asien verursacht hatten. Oder der in Asien ursprünglich stattgefunden hat. Der hat natürlich auch ein paar andere Währungspaare mit in Gang gebracht. Dann hatten wir hier diesen starken Gegenschub. Und jetzt sind wir hier Ausbruch aus dieser Konstellation. Und Vermutung oder Wahrscheinlichkeit, wenn es die bullische Variante gewesen ist, hier neuer Trend gebildet. Und genau das ist hier an dieser Stelle auch passiert. Das heißt, wir haben jetzt hier den Trend erst einmal wieder nach oben laufen. Wenn wir uns das ganze Bild hier in der Woche anschauen, sehen wir hier eine Situation. Ich sag mal, die ist nicht ganz Fisch und nicht ganz Fleisch. Warum? Wir hatten hier diesen Abwärtstrendschub. Da ist er oben rausgenommen worden. Dann ging es wieder nach unten. Jetzt läuft es wieder nach oben. Also hier alles noch ein bisschen tricky auf dieser Seite. Aber auf Tagesbasis, warum soll man aus diesem Trend, der hier nach oben läuft, nicht das ein oder andere Handelssignal rausziehen? Und das Ganze machen wir einfach mal, weil das halt hier funktioniert. Warum soll es hier nicht klappen? Chancen sind halt immer da. Der Trend ist jetzt da. Läuft jetzt also hier nach oben. Was sehen wir hier? Wir hatten das Top hier oben bei 0,72,957. Jetzt steht etwas an Korrektur an. Wieder mal in den Bereich hinein, wo wir ausgebrochen sind. Das heißt, hier oben dieser Bereich, das war ja dieser Entstehungsbereich. Beziehungsweise hier hatten wir ein untergeordnetes Trend hoch. Das ist halt ein Bereich, der wird auch immer wieder gerne mal an dieser Stelle auch angelaufen. Auch bei anderen Charts. Ganz normales Prozedere. Ob der da drin anhält oder nicht, gut, das wird sich zeigen. Wir sehen halt hier gerade Korrektur. Und hier, diese Kerze vom Freitag hat uns halt gezeigt, schau mal in die untere Zeitanheit rein. Der Aufwärtstrend ist gebrochen. Und jetzt setzt sich das Ganze so ein Stück für unten. Das heißt, derjenige, der jetzt hier an dieser Stelle ist, die sagt, so what? Jetzt haben wir hier schön erst einmal in der Stunde einen Abwärtstrend. Den kann man ja im kleinen Traden. Nun klar, warum nicht? Was sind gute Anlaufpunkte? Die gucken wir uns gleich mal in der Stunde an. Die habe ich hier entsprechend auch in Magenta hier mit markiert. Das heißt, wir haben die Anlaufpunkte aus dem Trendverlauf. Heißt also hier an dieser Stelle, wir gucken mal kurz in die Stunde rein. Lutz, dir einen schönen guten Morgen. Freue mich. Super. Hier, der Tagesschart weg in die Stunde. Und da sehen wir nämlich Anlauflevel. Möglicherweise aus dem Stundenschart heraus. Da wäre einmal hier, erst einmal natürlich, das Level, als der Markt hier diesen massiven Schub nach oben gemacht hat. Das sind gerne Anlaufpunkte. Und dann natürlich aus trendtechnischer Sicht hier diese sichtbaren Korrektur, tiefs aus trendlichen Bewegungen. Das heißt, hier unten eins und hier eins in diesem Bereich. Das heißt, das hätten wir hier zusätzlich noch dazu dann die 0,71,799. Beziehungsweise hier unten um die 0,71,383. Hier das Anlaufbereich auf der Unterseite. Wenn das Ding wieder rumdreht, dann sehen wir auch schon, hier oben müssen wir drüber, damit sich dieser Tagestrend auch wieder fortsetzen kann. Und hier drunter sehen wir schon schöne Swing-Highs auf der Oberseite, wo wir dann Anlaufpunkte von unten zur Oberseite haben. Das wird erst in Zukunft gegliedert. Aber wir sehen halt, wir haben einige Punkte da. Natürlich kann dieser Markt auch deutlich tiefer korrigieren. Das weiß ja kein Mensch. Deswegen hier die Handelsdien auch in beide Richtungen. Wenn wir wieder rumdrehen und tatsächlich hier oben drüber laufen, über diesen Top hier, diesen Peak bei 0,72,9, dann haben wir hier oben einen Anlaufpunkt am Top bei 0,739,37, was wir mittelfristig dann entsprechend hier natürlich in die Planung für unsere Trades mit hineinnehmen können. Gut, das also dazu. Gehen wir mal zum nächsten Titel. Wir bleiben im Währungsbereich. Das Cable hatten wir ja öfter mal unter Beobachtung. Und wir haben ja gesehen, auch hier gab es eine sehr, sehr schöne Bewegung im Tagesschat nach oben. Im Tagesschat, den haben wir hier oft beleuchtet. Aber worauf ich heute mal hinaus möchte, ist auf dem Thema der Verortung. Weil eine Verortung ist ja in der Sache auch immer mal wichtig, dass man einfach auch sieht, wo stehen wir denn gerade und welche Signale könnten jetzt kommen beziehungsweise was könnte eventuell kurzfristig auf uns warten. Und wenn wir im Tag beispielsweise hier in einen wichtigen Widerstandsbereich der Woche hineingelaufen sind, dann kann man auch an dieser Stelle immer mal so ein bisschen mit Gegenwind rechnen, was man hier an dieser Stelle ja auch sieht. Wir haben letzte Woche eine Umkehrkerze hier oben bekommen in diesem Widerstandsbereich. Das Top hier, dieser Bewegung von unten nach oben lag bei 1,32,174. Und wir haben in diesem Widerstandsband hier oben noch einige Hochs mit liegen, die durchaus relevante Marken auch bieten könnte, wo der Markt nach oben drüber laufen kann oder dort halt Widerstände finden kann. Das weiß man halt nicht, wie es gibt. Jedenfalls bieten sie Chancen nach oben, wie auch für die Abpreissituation. Hier die Marken von 1,32,369 über 1,32,572 hin zur 1,33 Marke. Hier, das sehen wir hier. Was kommt jetzt? Und das ist das Wichtige hier, was wir eventuell im Trading antizipieren könnten. Und das gucken wir uns jetzt mal im Tagesschart an. Die Woche hier mal zur Verortung genommen. Und wenn wir den Tag jetzt anschauen, das zoome ich mal ganz kurz etwas kleiner auch wieder rein, dann sehen wir hier halt diesen starken Move nach oben. Und hier sehen wir es auch schon, wenn wir das Bild mal etwas kleiner machen. Der Bereich hier oben, der hat schon eine gewisse Relevanz. Und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, wie die Woche sich hier, beziehungsweise wie der Tag sich an dieser Stelle weiterentwickelt. Läuft es hier unten drunter? Also laufen wir unter dieses Tief, wo wir ja schon einige Male jetzt angehalten sind und wieder hochgedreht haben, wird dieser markante Bereich um die 1,355 tatsächlich gebrochen. Dann haben wir erst einmal aus rein charttechnischer Sicht doch erst einmal Luft nach unten. Hier hat man so einen Zwischenhänger auf dem Weg nach oben, wo der Markt einfach mal kurz ein bisschen ausgeruht hat. Die Marke von 1,283 wäre hier zu nennen. Das ist auf alle Fälle mal ein Punkt. Hier hat der Markt schon mal durchgeatmet. Da könnte er ohne weiteres auch ruhig durchatmen. Kann alles passieren, wenn wir hier an dieser Stelle nach unten laufen. Wenn wir nicht weiter nach unten laufen, wie schon gesagt, dann haben wir die Chance nach oben zu laufen. Da bietet sich auch einiges Interessantes, weil wir haben hier ein paar Tageshochs auch liegen, die wir in der Kürze hier auch anlaufen könnten. Das heißt, das wäre dann natürlich hier diese Bereich. Ich hänge mal ganz kurz die Preisschildchen dran hier an dieser Stelle. Diese Tageshochs, die hier drüben auf uns warten. Und das sind natürlich Anlaufmarken. Die sind dann auch da. Die werden im kurzfristigen Bereich auch sehr, sehr gerne anlaufen. Also so das Thema Vortageshoch. Das spielt ja in dieser Regel auch immer eine Rolle. Also das steht oben als Marke mit drinnen. Wie schon gesagt, hier müssen wir jetzt erst einmal abwarten. Geht es hoch oder geht es runter? Eine Entscheidung wird mit Sicherheit irgendwann fallen. Und da ist es halt wichtig, dass man dann entsprechend auch dabei ist und das Ganze dann tradet sehr, sehr gerne auch aus der Stunde heraus. Wenn man das Ganze sieht für das kurzfristige Trading, da sehen wir es ja auch hier, diesen Schwung hoch, runter, runter, wieder hoch. Jetzt hier ein neues Tiefkorrektur. Jetzt läuft es hier runter. Und wenn sich dieser kleine Schwung weiter nach unten hier entwickelt, dann haben wir halt eher Anzeichen, dass wir unten raus wollen. Läuft das Ganze hoch und geht hier über solche markanten Punkte drüber, dann haben wir halt eher die Seite, dass es nach oben geht. Und das verraten uns hier gerne die kleineren Zeitanhalten an dieser Stelle. So, das wäre es also zum britischen Fund US-Dollar. Das Cable von der Woche mal in den Tag, in die Stunde geschaut. Und dann gehen wir noch in den Nikkei mit hinein als Index. Auch sehr, sehr interessant, was hier kommt. Die, die hier schon öfter zuschauen, wissen ja, ich mag auch sehr, sehr gerne das Trading von Signalen aus Mustern, die sich im Chart bilden oder als Formationen, aus Korrektur-Formationen. Jetzt muss ich noch mal kurz den Nikkei hier reinholen. Der ist, jetzt sehe ich ihn hier, da ist er, JP225. Hier haben wir es. Sehr schick, was wir hier haben. Was haben wir? Wir haben ein Dreieck nach oben, ansteigend in diesem, also untergeordneten, wollte ich schon sagen, in diesem Aufwärtsdrend, der sich hier auch gebildet hat. Also er schwingt so Stück für Stück nach oben. Und in diesem Bild, in diesem Kontext, hat ein solches ansteigendes Dreieck natürlich einen bullischen Charakter. Und wenn hier der Deckel nach oben wegfliegt, dann haben wir natürlich gute Chancen, weiter nach oben zu laufen. Im kurzfristigen Bereich erstmal hier Anlaufpunkte, die wir liegen haben an den Peaks hier nach oben. Das sind so Schwungmarken, die nach oben gerne mitgenommen werden können. Hier um die 21.200 und 21.300 Punkte Marke im Index. Und was wir dann als, sage ich mal, aus technischer Sicht, als wirklich sehr, sehr markante Punkte drinnen liegen haben, wäre dann hier oben dieser Bereich um die 21.900 Punkte, wenn das Ganze hier dann nach oben rausschiebt. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant, sehr spannend zu sehen, wenn wir hier unten aus dieser Konsolidierung, wo wir sehen, die Tiefs steigen immer weiter an. Das heißt, die Händler, die kommen immer früher zurück und kaufen sich hier ein. Das ist ja dieser Effekt, der sich aus diesem Korrekturmuster heraus ergibt. Und das Ganze innerhalb dieses Aufwärtstrands, da sieht man der zunehmende Kaufdruck. Und wenn dieser Kaufdruck sich nach oben entlädt, das kann halt richtig schön Schub nach oben auch mitbringen. Und das könnte uns dann auf die anderen Kursmuster hier an dieser Stelle auch aufmerksam machen, bis wir dann hier oben in diesen Bereich entsprechend auch reinlaufen. Also das ist wirklich ein markanter Punkt. Die Dinge dazwischen sind Zwischendinge. Ob da was liegt oder nicht, wird man sehen an Orders. Es war auf alle Fälle Schwung nach unten da, weil das ja in so einem Schub nach unten ging. Sonst wäre das hier an dieser Stelle nicht so gelaufen. Und das sind halt die markanten Sachen. Das sieht man in dieser Situation auch schön im Stundenchart, dass das markante Punkte gewesen sind. Hier, wir sehen es hier, das war so ein bisschen Schwung aus dem untergeordneten Bereich heraus. Das waren so Bewegungshochs bzw. Korrekturhochs aus diesem Abwärtstrends. Und damit hier die Marken mal kurzfristig zum Anlaufen da. Wie schon gesagt, wenn da was wartet, könnte das hier an dieser Stelle unter Umständen auch nach oben für Schub sorgen. Deswegen immer mal auch hier reingucken. Wissen tun wir es nicht, aber wir sehen halt an welchen Stellen die Händler Spuren im Schad hinterlassen haben und auch aktiv geworden sind. Und das also hier zum japanischen Aktienindex. So, jetzt schaue ich nochmal rein. Oliver, grüß dich. Und gucke mal in den Euro-US-Dollar. Weitere Wunschscharts habe ich jetzt nicht. Das heißt, wir gehen einfach mal rüber in den Tagesschart vom Euro-US-Dollar mit hinein. Da gab es ja letzte Woche um den Bereich der FED, beziehungsweise, ja doch, es war der klassische FED-Bereich, wo die Nachrichten von der FED kamen. Da gab es ja ordentlich diesen Move nach oben, den wir da gesehen haben. Erst runter, dann hoch, hoppala. Das sind Sachen, die man im Chart nicht ganz so oft sieht. Diese massiven, riesigen Kerzen hier. Schaut euch das mal an. Erstmal diese Riesenkerze nach unten, die dann mal wieder hier in diesem Unterstützungsbereich gehalten hat und dann zack, die Gegenkerze nach oben. Ja, und jetzt läuft der Markt hier oder lief der Markt Stück für Stück nach oben und wir sehen jetzt hier aktuell, aktuell muss ich sagen, einen Bereich, wo wir ein bisschen nach unten tendieren. Also sozusagen gegenbewegen zu diesem Schub. Aber wenn wir uns das Ganze jetzt mal komplett sozusagen nur rein aus der technischen Geschichte anschauen, was können wir daraus lesen? Wir können Folgendes daraus lesen. Ich muss das mal ganz kurz dazu etwas kleiner machen. Also hier schwingt der Markt momentan auch wieder so ein bisschen hin und her. Wenn wir uns das gesamte Bild mal in der Woche anschauen, dann haben wir in der Woche, ich ziehe das halt einfach mal von der Woche auf. Wir haben hier oben in der Woche einen Bereich, den sehen wir momentan als, sag ich mal, Level mit sehr, sehr starkem Widerstand. Das kann man sogar noch ein Stückchen weiter rüberziehen. Also hier so diese Marke um die 1,179 in diesem Bereich müsste das sein. Da müssen wir mal kurz ein Preishürtchen dran kleben, damit wir das auch sicher sehen. Also hier oben irgendwo in diesem Bereich. Also ja, wir haben sogar die 1,18 in etwa hier oben drin. Also um die 1,18 ist da oben jetzt ein Deckel drauf. So wenn man diesen Schwung in der Woche mal noch mitzieht, mal den ganzen Rest hier zu machen, dann sind wir also hier oben reingelaufen in diesem Bereich. Und dann wieder hier, wir sehen es ja selber, was wir haben, nach unten gelaufen. Und das, was wir jetzt sehen, ist in diesem Schwungbereich von oben eher die Sache, dass wir hier von der Tendenz her, von oben her noch den Druck nach unten mitbekommen. Das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, ist auf Wochenbasis immer noch von oben etwas abwärts gerichtet. So das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist jetzt die, wenn wir uns das Ganze auf Tagesbasis anschauen, dann sehen wir hier unten drunter schon so ein bisschen den Schwung nach oben hier. Und jetzt haben wir halt in diesem Peak hier dieses Tief unten wieder rausgenommen. Das heißt, auch hier wieder so ein bisschen was von diesem Aufwärtsschwung kaputt gemacht. Aber, und das ist das, was das halt momentan ein bisschen schwierig macht, diese Währung auch einzuschätzen. Wenn man sich das Ganze mal anschaut über dieser Schiene hier, dann kann man ja auch das Ganze so hier deuten. Also es ist hier gar nicht so leicht zu sagen, was machen wir denn jetzt, zumindest wenn man in dieser größeren Zeiteinheit hier tradet. Das heißt, wenn man sich das Ganze mal anschaut, haben wir hier nichts anderes gehabt, als eine tiefe Korrektur von diesem Aufwärtsschub hier nach oben. Und jetzt muss sich der Markt halt weiter finden. Das heißt, das wäre dann in diesem Kontext, zu diesem Blauen, was ich hier gemacht habe, wo der Markt ja offensichtlich auch nach oben gelaufen ist, das Ganze mit rauszunehmen. Und was wir halt hier auch gemacht haben, wir sehen es hier drüben, wir sehen hier diesen Abwärtstrend, der diese Bewegung dargestellt hat, der ist halt rausgenommen worden. Und das spricht halt dafür, dass wir diesen Bewegungsarm der Woche jetzt korrigieren. Und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, wie sich das Ganze weiter gestalten wird. Laufen wir nach oben, laufen wir nach unten. Wichtig ist, wir sehen hier unten im Tagesschat, in diesem Bereich, wo wir aktuell auch stehen, so einen, naja, leichten Punkt, wobei sagt, der Markt, der will jetzt nicht so richtig runter, aber so richtig hoch will er auch nicht. Das heißt, wenn wir uns das Ganze jetzt in der Stunde anschauen, für das kurzfristige Trading, ist es halt wichtig zu sehen, was macht der Markt denn hier, hoppala, das war das falsche Zeichen, was macht der Markt denn hier in diesem Bereich, wenn wir hier unten mal uns das hier anschauen, also das heißt, was kommt denn hier unten raus? Und das ist so ein bisschen die Bestätigung, die wir brauchen, um die Richtung auch mit rauszubekommen. Das heißt, wenn wir hier aus rein technischer Sicht, keine Nachrichten, sondern aus rein technischer Sicht mal reingehen oder an die Sache rangehen, dann sehen wir halt hier, wenn wir hier unter dieser Marke fort drunter durchlaufen, dann sehen wir den Schub nach unten hinlaufen. Wir sehen ja hier diesen starken Schub nach oben, dann gab es nochmal Korrekturen, neues Hoch, dann ist das Ganze gebrochen worden, das heißt, wir haben ja hier auch eindeutig einen Trend nach unten laufen und wenn dieser Trend unter, dieses Trendtief hier weiter wegläuft, dann an dieser Stelle natürlich weitere Punkte nach unten. Das heißt, was sind markante Level hier in diesem Bereich, die wir nach unten hin sehen könnten oder sehen können, das ist einmal hier diese Marke um die 1.14, 1.19, beziehungsweise dann hier unten dieses Tief, was ich eingezeichnet hatte, bei 1.13 knapp 9, das auf der Unterseite, wenn dieser Trend nach unten hinläuft. Das heißt, wir sehen ja die Korrektur des Ganzen und die kann natürlich noch einiges nach unten laufen und mit Blick hier sozusagen in die Woche rein, haben wir halt den Markt von oben nach unten. Das heißt, wir müssen hier einfach mal ein bisschen auf ein Zeichen warten. Im mittelfristigen Zeitrahmen mag ich mir jetzt hier an dieser Stelle gar keine Prognose abgeben, wie es jetzt weiterlaufen könnte. Also das ist jetzt so klassisch ein Chart, wo ich persönlich für mein eigenes Portfolio sage, ich warte jetzt erstmal mit einem Positionsausbau, bis hier eine klare Richtung gefunden wurde. Mit diesem Gezappel hin und her mag ich mich auf Tagesbasis jetzt gar nicht austoben. Aber auf Intraday-Basis gibt das natürlich immer wieder sehr, sehr schöne und interessante Marken, weil wir, ich habe es ja gerade gesehen, immer wieder Anlaufstellen haben, wo wir gut und gerne ranlaufen können. Aus dem letzten Schub nach unten, den Hammerpotenzial nach unten und wir haben aber auch, wenn es wieder rumdreht, Potenzial zur Oberseite hin. Und das ist das Schöne für das kurzfristige Trading, wo so ein Chart hervorragend auch mit reinpasst. So, Steffen, ich hoffe, die Einblicke, die ich hier gegeben habe, waren etwas hilfreich. Helfen bei den eigenen Trade-Entscheidungen von dieser Stelle. Weitere Fragen sehe ich jetzt nicht an dieser Stelle. Ganz, ganz lieben Dank für die Zeit heute Morgen wieder und wir hören und lesen voneinander wieder. Morgen früh, wie schon gesagt, den Blog-Eintrag gibt es am frühen Morgen und dann um 8.30 Uhr entsprechend die Besprechung der Handelsideen. Allen gute Trades, einen tollen Start in die neue Woche. Bis morgen. Tschüss.